Say'd you feel it too, feelings out of plan. In my head is a rollercoaster, completely removed, no more power, only you and me, and a sea of lights, and a sea of lights. Woo! Hallo, mein Name ist Helene Fischer und das ist... Helene Fischer. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid. Herzlich Willkommen zu The Game von... Von Lass mal reden. Wir lassen uns nicht lumpen. Jede Woche ein neues Spiel, bis uns nichts mehr einfällt. Also das kann schon beim nächsten Mal sein. Heute wird es so ablaufen, dass der Herr Wolter euch erklärt, was wir machen. Ja, wie wir schon im Intro gespoilert haben, geht's heute um komplett was anderes. Wir haben uns Songtexte rausgesucht aus englischen Liedern, die man eigentlich kennt. Haben die im Google Translator auf Deutsch übersetzt und jetzt lesen wir uns die gegenseitig vor und mal sehen, ob der Gegenüber die erkennt. Zusätzlich müssen wir noch sagen, dass jeder zwei Joker hat. Das heißt, der erste Joker ist... Joka, bitte sagen. Jeder hat zwei Joker. Der erste Joker ist so, dass wenn man wirklich nicht drauf kommt mit der deutschen Übersetzung, dann kann man sagen, okay, ich möchte den englischen Text haben, vorgelesen. Der zweite Joker ist, der andere singt den deutschen Text in der Melodie des Originalliedes vor. Zwei Joker. Das wird spannend. Ich sehe mich jetzt schon als Sieger, weil... Nein, 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 nein. Läuft bei mir, würde ich sagen. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Schnick, schnack, schnauze, los geht's. Schnick, schnack, schnuck. Ich bin offensichtlich der König im... Hat schon mal irgendwer erzählt? Wenn ja, kommentiert das hier drunter. Ich glaube, ich bin der König im Schnick, schnack, schnuckspielen. Ich lasse dich gewinnen. Okay, der Wunsch des Schnick, schnack, schnuckkönigs ist, ähm, du sagst... Ich bin der Schnick, schnack, schnuckkönig. Kein Scheißmann. Yeah. Oh, das ist der Picknicker von die Fanta 4. Erster Punkt für mich. So, da fangen wir mal an. Bist du bereit? Erster Song. Lieber Schlank, ich habe hier gespielt. Aber du bist immer noch nicht. Ich verließ meine Zelle, mein Pager, mein Haustelefon an der Unterseite. Im Herbst, ich habe im Herbst zwei Briefe zurückgeschickt. Du musst sie nicht bekommen. Es gab wohl ein Problem bei der Post oder ähnliches. Manchmal krisselte ich Adressen zu schlampig, wenn ich sie schicke. Aber irgendwie, fuck it, muss man, muss es, äh, was ist los, Mann? Wie geht's deiner Tochter? Meine Freundin ist schwanger, ich bin ein Vater. Wenn ich eine Tochter habe, raten Sie, was ich anrufe. Ihr heiße, ich heiße ihre Bonnie. Ich habe auch über deinen Onkel Ronny gelesen. Das tut mir leid. Ich hatte einen Freund, der... Ja? Ich weiß es. Weißt du, Stan? Das ist Stan von Eminem. Sehr? Ja! Stark, stark, stark. Jetzt weißt du, dieses, ich habe dir Briefe geschrieben und du musst sie wahrscheinlich nicht bekommen haben und so, da war ich drin. Da wusste ich. Ich dachte, ich hatte schon alles, was du sagst bei Lieber Schlank. Dir Slim. Ach, dir Slim. Ja, cool. Erster Punkt, stark. Okay, Strophe für dich. Ja, viel Spaß. Du bist mein Feuer, die einen Wunsch. Glauben Sie, wenn ich sage, ich will es auf diese Weise. Aber wenn wir zwei Welten auseinander, kann ich zu deinem Herzen reichen. Wenn du sagst, das will ich so, sag mir warum. Ist nicht nichts, sondern ein Herzschmerz. Sag mir warum. Ist nicht nichts, sondern ein Fehler. Sag mir warum. Ich will dich niemals hören, hören. Ich will es auf diese Weise. Krass, klingelt bei mir noch nicht. Klingelt noch nicht. Du hast ja zwei Yoker. Ja. Also einmal den Gesangs-Yoker, was sauschwer wird für mich. Oder ich sag dir das Englische. Ich sag, ich bin, nein. Ich glaube, ich möchte den Gesangs-Yoker. Du willst jetzt schon einen Yoker benutzen? Ja, okay. Du bist mein Feuer, die einen Wund. Glauben Sie, wenn ich sage, ich will es auf diese Weise. National Boys. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. Ja, das macht doch Spaß. Ja, das macht doch wirklich Spaß, oder? Eins zu eins. Eins zu eins. Ich will sie halten, wie sie es im Text aus tun. Poker Face. Entschuldigung, ich war so schnell. Ich war so schnell. Du kannst gerne noch weitermachen, wenn du möchtest. Nein, aber ist richtig. Mann, ich habe zu leichtes Gedanke. Nee, weißt du warum? Weil ich sie aufgeben wollte. Ich habe sogar meine Haare für dich gemacht. Ich habe neue Unterwäsche gekauft. Ah, ja, ich weiß. Sie sind blau. Und ich trug sie nur neulich. Liebe, du... Hast du auch deine Zähennigel? Sag es. Hatte ich auch auf dem Schirm. Wirklich? Ja, ja, aber... Ich dachte, wie wir die beide so mögen, nehmen wir nicht vor. Ich dachte, du hast sie so längst. Stark, stark. Zwei, zwei. Sehr gut. Krass, du hast jetzt noch beide Joker. Darfst du eigentlich theoretisch beide Joker in einem, die nehmen? Ja, ja, ja. Die beiden werden so... Ah, okay. Es ist spät in der Nacht. Ich gehe ins Bett. Der Frau erhole mich kein bisschen. Mein Freund machte Schluss. Ich bin fast tot. Ich werde mein Bestes tun müssen. Krasse Stimmungsschwankungen. Fühlen mich so fett. Ich habe kein Shampoos mehr. Darf nicht mal die Katzen behalten. Aber so ist es nun mal. Oh! Oh, es ist so gut! Es ist so gut! Und ich möchte das Lied mit der Lieblingsstelle von mir beginnen. Das ist Bibi mit... Wie auch immer das Lied heißt? Wappapp! Wappapp! Yeah! Sehr gut! Sehr gut! Bereit? Ja. Als ich jünger war, so viel jünger als heute, ich brauchte niemandes Hilfe in irgendeiner Weise. Aber jetzt sind diese Tage weg. Ich bin nicht so selbstsicher. Jetzt finde ich, ich habe meine Meinung geändert und die Türen geöffnet. Hilf mir, wenn du kannst, ich fühle mich nieder. Und ich schätze es, dass du da bist. Hilf mir, meine Füße wieder auf den Boden zu bringen. Wollt ihr nicht, bitte, bitte, helfen Sie mir. Okay, dann brauche ich wieder einen Joker. Okay. Und nehme den... Na, welchen Titel von den Jokern? Den auf Englisch vorlesen Joker. Wenn ich jünger war, so viel jünger als heute. Ich brauchte niemandem Hilfe in irgendeiner Weise. Aber jetzt sind die Tage weg, ich bin nicht so selbstsicher. Jetzt finde ich, dass ich meine Meinung geändert habe und die Türen öffnete. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Won't you please, please help me, help me, help me. Sag nicht, du kennst es nicht. Ich kenne es nicht. Help von den Beatles? Ne, nicht so. Nicht so. Ne, so kenne ich das nicht. Okay, ich gebe dir noch, du kriegst eine Bonusrunde, okay? Okay, du kriegst eine Bonusrunde. Ich denke, jetzt ist es Zeit für mich aufzugeben. Ich fühle, dass es Zeit ist. Haben Sie ein Bild von Ihnen neben mir? Haben Sie Ihren Lippenstift markieren noch auf Ihrer Kaffeetasse? Oh ja. Erhaltende Faust der reinen Emotion. Haben Sie einen Kopf von zerschmetternden Träumen? Muss ich es verlassen? Muss ich alles hinterlassen? Was auch immer ich sagte, was auch immer ich tat, Ich habe es nicht gemeint. Ich will nur, dass du gut zurückkommst. Wann immer ich mich irre, sag mir einfach das Lied und ich singe es. Du wirst richtig unverstanden haben. Wollen Sie zurück? Wollen Sie zurück? Wollen Sie zurück? Für immer gut. Weißt du, was ich geschehen habe? Gerade eben kurz vor Ende. Schön. What you make for good? Very good. Aber hast mir sehr geholfen. Ja, du kriegst einen halben Punkt. Kriegst einen halben Punkt. Okay, du hast drei von vier richtig. Ich habe drei von drei richtig mit allen Jokern. Sollen wir fern? Unentschieden. Unentschieden, offensichtlich. Gratulation, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Du auch. Hast du gut gemacht. Ich habe gute Lieder ausgesucht. Achso, sehr gut. Habt euch meine großartige Leistung gefallen, dann liked doch das Video und abonniert unser. Und wenn ihr Chris Leistung gut findet, dann abonniert ihr den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr uns beide gut fandet. Dafür immer Benachrichtigungen. Und schaut mal auf Patreon vorbei. Da gibt es immer ein bisschen Bonusmaterial zu unseren Folgen. Ganz lustig. Schaut rein und viel Spaß. In dem Zusammenhang auch nochmal ein fettes Dankeschön an Sonja, Steffi und Becky from the heart. Also, wir sehen uns nächsten Mittwoch schon wieder, beziehungsweise diesen Mittwoch. Bleibt gesund, habt euch alle lieb und verbreitet das Wort, das der Andi nicht gewonnen hat. Also, in dem Sinne, shine on. Also, wir sehen uns nächsten Mittwoch schon wieder, bis zum nächsten Mittwoch schon wieder.